Musik War ich mal mit einem Traumschiff in Bangkok und kam aus dem Lift, also aus dem Riesen, die haben ja so riesige Lifts, und komme da raus und dann sagt einer hinter mir, du sprechen Türkisch, und wollte mich umdrehen. Ich bin ja froh, dass ich mit Englisch durchkomme, sagt er, bisschen Türkisch. Also die Leute haben die Sketche, weil wir nicht nur Sketche gespielt haben, sondern kleine menschliche Episoden mit einer Wow-Porte hinten dran. Aber es waren menschliche Episoden, die wir versucht haben, nicht nur von außen her als Menschen zu machen, sondern wir waren dann die Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020